Servus YouTube, wo sind wir hier? Wir sind hier in Frankfurt. Und vielleicht kennen einige von euch den Turm im Hintergrund. Wir sind nämlich heute hier, um auf die Pole Island Sound zu gehen. Und ja, ich will euch jetzt hier in dem Video so ein paar kleine Eindrücke zeigen, so ein kleines Vlog. Und irgendwann kommt dann noch ein richtiges Video sozusagen, das ich heute mit einer Blackmagic Pocket Cinema Kamera drehen darf. Ja, hey, jetzt sind wir drin. Wie man vielleicht im Hintergrund schon sieht. Wir sind jetzt ganz am Anfang. Also ich zumindest, Jakob kennt ja schon ein bisschen was. Schauen wir mal, was das dazu bringt, was wir hier so sehen, wie das so wird. So Leute, wir sehen gerade eine Live-Show von Ayrton. Und echt krass, was wir hier aufgestellt haben. Schaut es euch mal an. Der Patrick zeigt euch ein bisschen was davon. Schaut es euch mal an. Abonniert den Film oder auch mal an. Ich bin rein. Oder dass es euch mal an. Mal bei großen Judah zu Hause ist. Um, wenn es euch überrascht sind, es geht. channel Leere, wenn es euch überrascht. Komm Soleil, wenns euch bei euch überrascht. Und wenn es euch überrascht gibt, ja auch so will dasarsch. Bis zum nächsten Mal. Durch das Drum geht. Hier ist es euch überrascht. Untertitelung des ZDF, 2020 Hier sind wir jetzt am Stand von Voice Acoustic So, jetzt haben wir Klingund Freitag gefunden Schauen wir auch mal hin Kaufen werden wir da wahrscheinlich in näherer Zukunft nicht Aber interessant ist es trotzdem Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018